Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Reihe kurz erklärt. Es hat lange gedauert, dass ich mal wieder was rausbringe. Es ist natürlich auch sehr stressig im Moment, aber alles in allem. Ja, es geht sich heute um das Thema Ozon, da ich auch seit kurzem einen Ozonisator einsetze. Es sind Fragen eurerseits aufgekommen, wir gehen drauf ein. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, Dankeschön fürs Dranbleiben und wir gehen dann direkt auch schon mal ans Thema ran. Ja, Ozon ist immer wieder ein Thema in der Meerwasser-Aquaristik. Es wird immer wieder gesagt, setzt doch mal Ozon ein. Aber die Problematik liegt im Endeffekt da drin. A, was macht das Ozon bei uns im Becken? Wie setze ich das ein? Was kann ich damit im Endeffekt erreichen? Und ja, da kommen dann immer noch diese kleinen Anschaffungskosten hinzu. Weil mittlerweile ist es so, die Ozonisatoren sind eigentlich nicht gerade günstig. Und der Haupthersteller am Markt, das ist die Firma Sander, von dem ich übrigens auch ein Gerät habe, blende ich euch hier einmal ein. Das ist ein 50 Milligramm Ozonisator und der liegt glaube ich bei 180 oder 190 Euro, habe ich mir zugelegt. Aus dem einfachen Grund, weil ich hier und da so ein kleines bisschen unterstützend eingreifen möchte. Was jetzt im Endeffekt Ozon ist und wozu wir es einsetzen, kommen wir jetzt zu. Und ja, Thema Ozon. Ich setze es momentan bei mir am Abschäumer ein. Und zwar wie folgt. Ich habe ja zwei Eingänge bei mir am Abschäumer. Zwei Lufteinlässe, die ich aber beide über ein Y-Stück im Prinzip verbunden habe. Und an dem Ende dieses Y-Stücks-Sets sitzt mein Atemkalk. Blende ich euch mal kurz mit ein, wie das ausschaut. So, und jetzt ist es normalerweise so, wenn ich einen Ozonisator einsetze, kann ich hingehen und den mit in diese Luftansaugung reinbringen. So, Problem an der ganzen Sache ist, zeige ich euch auch nochmal genau im Bild. Diese Anschlüsse oder die Durchlässe sind relativ klein bei den heutigen Geräten. Bei den älteren Geräten sind sie etwas größer, etwas voluminöser gearbeitet. Aber heutzutage ist es halt kleiner gemacht worden, um es effektiver zu machen. Warum, weiß ich nicht. Egal. Man kann diese Geräte ja auch mit einer Luftpumpe betreiben. Kommen wir aber gleich zu. Also, ich habe die Geräte so angeschlossen, dass ich einerseits über den einen Schlauch ganz normal die Luft vom Atemkalk kriege. Und zwischen dem anderen Schlauch habe ich dann halt den Ozonisator gepackt. So, beim Ozonisator ist es im Endeffekt auch so, dass er einen Einlass und einen Auslass hat. Also, das sollte man auch beachten bei der Installation. Und was ganz wichtig ist, im Endeffekt, dass der Trockenluft anzieht, beziehungsweise mit trockener Luft betrieben wird. Je trockener die Luft ist, desto höher ist der Umsatz vom Sauerstoff zum Ozon. Auch wenn es feuchter ist, gerade bei uns in den Unterschränken ist es, ist darauf zu achten. Dann muss man hingehen und den Ozonisator öfters reinigen. Ist im Prinzip die beiden Stellschrauben, kann ich euch auch mal hier kurz einblenden, die beiden Schräubchen lösen. Dann kann man die vordere Platte abnehmen, reinigen, das Ganze wieder aufsetzen und anschließend funktioniert er wieder hundertprozentig. Ja, aber was wollen wir im Endeffekt mit diesem Ding? Es ist im Endeffekt so, dass er schon mal dafür sorgt, dass wir kristallklares Wasser kriegen. Das ist schon mal ein super Vorteil von diesen Geräten. Mal so nebenbei, neben der Problematik, dass die Geräte nicht gerade günstig sind. Also er entfernt uns aus dem Wasser Gelbstoffe. So, dann geht er hin und entfernt bzw. bekämpft zum Teil auch Nesselgifte. Und das ist auch ein Vorteil. Ich gehe zum Beispiel jetzt hin und setze das Ozon in Verbindung mit Aktivkohle ein. Einerseits benutze ich ja sowieso immer grundsätzlich Aktivkohle, lasse ich immer in kleinen Mengen wegen der Nesselgifte mitlaufen. Und ich verstärke jetzt im Prinzip den Effekt durch den Ozonisator. Sprich, der Ozonisator nimmt einerseits schon mal einen Teil der Nesselgifte raus. Und auf der anderen Seite arbeitet dann mein Ozon, meine Kohle, Entschuldigung, die dann noch zusätzlich den Rest an Nesselgiften und generell Gifte aus dem Wasser zieht. Also beides im Zusammenhang und vernünftig eingesetzt mit der richtigen Dosierung, die übrigens laut Hersteller bei, lasst mich nicht lügen, 10 Milligramm pro 100 Liter pro Stunde ungefähr liegt. Die entsprechenden Geräte sind dafür ausgelegt. Ich habe jetzt ein 50 Milligramm Gerät, das heißt, ich könnte es rein theoretisch, wenn ich das möchte, auf Volllast laufen lassen. Und es würde theoretisch gesehen erstmal nichts Schlimmes passieren. Was passieren kann, kommen wir gleich zu. Ja, zu den Sachen, die passieren können, beziehungsweise wo wir drauf zu achten haben bei einem Einsatz eines Ozonisators. Wir müssen erstmal wissen, Ozon ist ein giftiges Gas. Es ist, wie am Anfang auch schon gesagt, das stärkste technische Oxidationsgas, das es gibt. Und dementsprechend muss man auch darauf achten, dass wenn man ein solches Gerät einsetzt, dass es a. mit der richtigen Dosierung eingestellt wird. Und b. das natürlich auch für vernünftige Lüftung gesorgt wird. Also grundsätzlich ist es so, wenn man das Gas riecht, also wenn man diesen Ozongeruch, den man hier und da vielleicht auch schon mal bei einem Kopierer oder bei einem Laserdrucker oder sowas hat, da riecht man das auch schon mal, dieses Ozon. Wenn man das riecht, wenn man den Schrank aufmacht, dann ist es überdosiert. Dann ist es zu viel. Ich habe es bei mir am Abschäumer zum Beispiel so eingestellt, das ist wirklich nur ganz minimal am Mitlaufen. Wenn es mit 5 oder 10 Milligramm eingestellt ist, ist das viel. Sodass man das so gerade riechen kann. So, jetzt ist der Abschäumer aber nur die eine Variante, wie wir das Ozon bei uns im Becken einsetzen können. Die andere Variante ist ein Ozonreaktor und der hat im Endeffekt den Auftrag, die Kontaktzeit mit dem Ozon und dem Wasser so lang wie möglich hinaus zu zögern. Damit das Ozon auch effektiv oder effektiver arbeiten kann. Ich selber habe so einen Reaktor bisher noch nie eingesetzt, habe den aber jetzt im Vorfeld mal recherchiert, blende ich euch auch mal mit ein. Und ihr seht, da sind es im Prinzip viele verschiedene Kammern, beziehungsweise das Wasser wird einem längeren Weg da durch die entsprechenden Reaktoren durchgedrückt. Und somit ist die Kontaktzeit zwischen dem Ozon und dem Wasser relativ lang und dann bringt das Ozon seine Maximalleistung. Also am Abschäumer eingesetzt ist es schon effektiv, aber maximal eingesetzt, um das Beste aus dem Ozon rauszuholen, wäre dann der Einsatz eines solchen Reaktors sinnvoll. Anschließend geht man hin, also man führt das Wasser dadurch, man führt das Ozon dadurch, das dann wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, das wird dann mit einer einfachen Pumpe dadurch geführt. Und anschließend führt man dieses Wasser, was da rauskommt, dann nochmal zusätzlich über Kohle, um das überschüssige Ozon dann aus dem Wasser wieder herauszuholen, weil im Endeffekt ist es ja auch ein Gift. So, dieses Gift ist bei Überdosierung oder bei zu hoher Konzentration im Wasser auch natürlich schädlich für unsere Fische. Und da liegt dann im Prinzip, sage ich jetzt mal ganz doof, der Hasen im Pfeffer, wo wir dann halt darauf achten müssen. Beim Einsatz, so wie ich das im Endeffekt mache, angeschlossen am Abschäumer mit einer weitaus geringeren Dosis, besteht da erstmal überhaupt keine Gefahr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Ozon einsetzen möchte, um zum Beispiel Ammoniakvergiftung entgegenzuwirken, dann ist der Einsatz eines Reaktors, ich sage es mal, zwingend erforderlich, damit die maximale Effektivität da rausgezogen wird. Und dieser Ammoniak, also er geht im Prinzip hin und unterbricht ja, ich sage es mal, die Nitrifikationskette ein kleines bisschen, beziehungsweise greift da ein. Es entsteht kein Ammoniak, wenn man diesen, wenn man den Ozonisator effektiv einsetzt. Andererseits darf es natürlich auch nicht zu sehr eingesetzt werden, weil ansonsten der Rest der Nitrifikationskette nicht vernünftig funktioniert. Also immer mit Bedacht und da liegt dann auch wieder das Problem, das Anschließen und Aufdrehen und Wohlfühlen ist halt mit diesen Geräten nicht. Die müssen halt, ich sage es mal, mit Bedacht tatsächlich eingesetzt werden. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein kleines bisschen näher bringen. Ich mache jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also, Ozon ist erstmal ein giftiges, ätzend riechendes Gas. Es ist das stärkste technische Oxidationsmittel oder Oxidationsgas, was wir kennen. Es ist giftig für unsere Fische in Überkonzentration, es ist giftig für uns in Überkonzentration. Es entfernt Gelbstoffe aus unserem Wasser, somit kriegen wir kristallklares Wasser. Es entfernt zum Teil Nesselgifte aus unserem Wasser. Beim Einsatz mit Reaktoren sollten wir darauf achten, dass wir anschließend noch zusätzlich Kohle einsetzen, um auch noch den Rest an Überschuss rauszufiltern. Und was dann auch noch sehr wichtig ist im Endeffekt, dass wir die Dosierung nach Möglichkeit immer im Auge behalten und immer schauen, dass es nicht zu viel wird. Ja, alles in allem hoffe ich, ich konnte euch das aus meiner Sicht so ein kleines bisschen näher bringen. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Erklärbär-Video, also kurz erklärt oder Tagebucheintrag oder was auch immer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Wagen. Ciao. Ciao.